Habt ihr schon mal ein Polizeiauto berührt, während der Fahrt? Ne, das ist... Alarm! Alarm! Jetzt geht Alarm an. Ja. Oh, der kommt echt raus. Moin. Moin. Mach mal ein Visier hoch. Was gehst du an unsere Karre ran? Ich wollte nur gucken, ob das... Ich hab's nur kurz berührt mit dem Finger. Wie heißt du denn? Sören. Wie? Sören. Sören? Also ich hab's wirklich nur berührt. Immer ne schlechte Idee sowas. Würde ich nicht machen. Tut mir leid. Schönen Tag noch. Du hast es gerade wirklich noch gesagt. Was? Ja, wie das denn... Aber wir haben schon im Rückspiel geguckt. Du warst einfach mega... Vielleicht durch die Kamera oben. Ja, ja. Seid. Dauerhaft an. Ja, keine Ahnung. Kurz rückwärts dann reingemacht. Krass, was hat man gesagt. Die steigen aus. Es steigen die echt aus. Das kann nicht wahr sein. Ich drehe durch. Tja so, keine gute Idee. Ja. Dann will man einmal lustig sein, dann wird einem die Respektschelle virtuell gegeben. Bam, bam.